Hey, ja kurze Info, ich wollte dich nur kurz vorwarnen bevor das Video richtig losgeht und zwar ist mir ein Fehler unterlaufen, es tut mir leid und zwar habe ich beide Aufnahmen nicht mitbekommen, dass mein Mikrofon nicht im Laptop eingeschätzt war, weil ich hatte Arbeiten am Laptop noch gemacht und habe vergessen das wieder einzustöpseln, von daher hat mein Laptop den Sound heute aufgenommen, nur von der Stimme her, vom Spiel und alles, das ist ja normal irgendwie aufgenommen worden, ja aber jedenfalls tut mir leid, ich wollte dich jetzt hiermit nur vorwarnen, der Sound ist aber noch so in Ordnung, dass ich den jetzt so lassen kann, aber in der nächsten Folge hörst du wieder diese Stimme und es ist auch eigentlich sehr interessant, so kannst du mal meine Stimme mal ohne Mikrofon hören, tja, naja, ansonsten, die Folge geht los. Hallöchen, hier ist wieder euer Tag und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft, genau, so weiter geht's hier bei uns mit der Rolltreppe ins Nichts Part 2 natürlich, nicht vergessen in der Videobeschreibung kommst du auch zum Part 1, falls du den nicht gefunden haben solltest, ja, aber heute wollen wir sie fertigstellen und zwar hatten wir ja im ersten Teil ja eigentlich alles geschafft, sag ich mal die Rolltreppe an sich, wie das Gerüst beim Gerüst haben wir dann aufgehört, das wollen wir heute fertigstellen, wie das Nichts, da habe ich mir jetzt den Kopf gemacht, wie das Ganze machen wollte, und da habe ich erst ein paar Versionen gehabt, wie das Ganze werden soll, jetzt habe ich so eine kleine Idee und wirklich würde mal sagen, können wir einfach mal loslegen, das Ganze zu bauen, ja, so, aber erstmal zeige ich dir noch, was ich gemacht habe, und zwar ganz einfach den kleinen Eingang zu Rolltreppe ins Nichts, Nicht so ganz wie der Spiele-App-Variante, ich blende dir das Bild ein, dann weißt du, was ich meine, irgendwie war das, sag ich mal so, von der Spiele-App, das war ja irgendwie eine durchgehende Animation, die Leute sind von unten durch den Boden hochgekommen, Rolltreppe hoch und sind dann wieder runtergefallen und das hat sich dann immer wiederholt, So, ich mache das Ganze anders, denn ich, sag mal, so wie in der Folge des Simpsons, ist bestimmt so irgendwie so ein Weg, keine Ahnung, haben sie nie gezeigt, habe ich mir einfach gedacht, okay, machst du hier so einen Weg, die Rolltreppe ist noch nicht lange hier, und trotzdem ist der Weg schon so gut wie demoliert, die Leute stürzen sich einfach nur ins Nichts, keine Ahnung warum, die Leute sich das antun, schön gemütlich, man ja hier mal hochgefahren, naja, so, so einfach ein bisschen so ein kaputter Weg, vielleicht mache ich da noch eine andere Art hin, naja, muss man mal gucken, wie das sich das Ganze hier noch ringsherum entwickelt, ja, ich würde sagen, wir legen los, ein bisschen, was habe ich mir schon vormarkiert, wie das ganze Gerüst halt aufgebaut werden sollte, ja, ich würde sagen, gehen wir an der Kiste ran und nehmen uns unten mal hier die zwei Wirken an, jetzt brauchen wir erstmal ganz normal Bruchsteinmauer und Bruchsteinblock an sich, ja, wenn wir das Ganze haben, geht's los, und zwar erstmal mit der Bruchsteinmauer, denn das Gerüst müssen wir natürlich noch ein bisschen befestigen, wir haben es ja nur so lose platziert, das wackelt natürlich noch, kann durch den starken Wind natürlich noch alles umgerissen werden, das dürfen wir natürlich nicht zulassen, wir müssen das Ganze verhindern, indem wir einfach mal die Bruchsteinmauer nehmen, und wir fangen einfach mal hinten bei den längsten Streben an, ich gehe natürlich hier einmal kurz auf die andere Seite hin, so, auf der einen Seite habe ich mir das schon ganz ein bisschen markiert, ja, wir fangen einfach mal unten an zu zählen, und zwar ganz einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bei jedem neunten Mauerstück setzen wir, sag ich mal, 1, so in die Richtung, wo die Rolltreppe ist, und wenn du möchtest, kannst du schon gleich bei der Mitte das machen, im Nachhinein machst du das natürlich synchron immer auf der anderen Seite, und danach geht's immer wieder so, das heißt jetzt hier, wieder ziehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beim neunten, zack, eins nach vorne, und vielleicht gleich eins zur Seite, und danach synchron auf der anderen Seite, so, das macht man eigentlich immer wieder, bis wir oben ankommen, das heißt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zack, wieder so ranhauen, und das Ganze machen wir noch dreimal, sollte es machbar sein, also immer so beim neunten Block, das Ganze hier einfach mal verbinden, so, ich fliege ja schon mal hoch, schön, dass ich mir das markiert habe, ja, so, jetzt habe ich das natürlich ja in Abstand immer von neun Blöcke, insgesamt machen wir jetzt hier wie viele Markierungen ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also sechsmal kannst du hier das machen, dann sollte es eigentlich nicht mehr aufgehen, weil oben sind einfach zu eng, ja, so, der nächste Schritt ganz einfach mal gesagt, wenn du natürlich synchron auf der anderen Seite auch hast, müssen wir es einfach mal nur noch gerade nach hinten wegziehen, das heißt denn hier einfach gerade weg, so, jetzt stoßen wir dann hier an, dann müssen wir die Treppe weghauen und das Ganze einfach verbinden, so, ihr auch, einfach mal nach hinten ziehen, zack, die Treppe weghauen, die stört jetzt, einfach verbinden, so, das machen wir halt immer wieder hier alles einfach mal rüberziehen, und natürlich auch hier, ich mache hier gleich einen Zeitraff rein, weil das Ganze dauert immer, aber ich möchte dir gerne auch was zeigen, und zwar ganz einfach, wenn du es immer nach hinten siehst, und du kommst jetzt hier auf so wieder eine Strebe an, danach dann einfach hier immer noch weiterziehen, ist ja nicht so, dass wir jetzt aufhören, und wenn dann halt eine Treppe kommt, musst du es einfach weghauen, so, wenn du das dann geschafft haben solltest, kannst du hier natürlich dann immer zwischen den zwei Streben das Ganze auch nochmal verwenden, damit das Ganze natürlich ein bisschen logischer zusammenhecht, so, das müssen wir eigentlich erstmal überall machen, also die alle so Rolltreppe verbinden, und dann, sag ich mal, die ganzen Streben dann dazwischen auch nochmal verbinden, und dann, sag ich mal, Ja, wenn wir dann einmal geschafft haben, das Gerüst fähig zu ziehen, ich sollte jetzt auch nirgendwo was vergessen haben, hier zuzumachen, auf jeden Fall, ja, die fällt gleich auf, ich habe schon ein paar Blöcke mir wieder platziert, weil wir so ein kleiner Schnitt drin, hoffe, den hast du jetzt nicht mitbekommen, ja, und zwar machen wir jetzt das nächste, und zwar müssen wir jetzt bei unserem Gerüst noch Streben reinsetzen, damit das Ganze dann wirklich noch ein bisschen stabiler ist, und wie wir das machen, ganz einfach, wir nehmen jetzt natürlich unseren Bruchstein-Block zur Hand, und beginnen würde ich sagen, ganz einfach mal auf unten, ich würde sagen, hier vorne einfach, wie du die Streben jetzt ziehst, ob du die genauso machst wie ich, oder ob du die andersrum dir strebst, wie du möchtest, ist ganz dir überlassend, so, hauptsache wir machen das Ganze noch ein bisschen stabiler, damit es halt wirklich nicht umkippt, so, das heißt einfach mal, wir fangen hier vorne an bei unserem Gerüst, platzieren einfach, nur einfach mal dran, einen Block, und dann gehen wir, den Block jetzt noch einmal gerade so nach vorne, so einmal, und dann müssen wir immer schräg zur Seite einmal gehen, und dann machen wir auch wieder zweier, so, und das macht man eigentlich jetzt immer zu, bis wir oben einfach ankommen, zack, wieder einmal zur Seite weg, dann machen wir wieder so, zwei Einer, die immer so ein bisschen schräger gehen, und dann kommen wir hier eigentlich perfekt auf die andere Seite an, und das ist halt eine Strebe, eigentlich voll, ja, eigentlich einfach, ist gar nicht so kompliziert, man fängt einfach an, macht dann einfach so einen Einer, einen schräg hoch Einer, einmal so nach hinten weg zur Seite, zack, immer wieder, immer wieder und immer wieder, insgesamt viermal halt, und dann kommt man eigentlich super auf der anderen Seite an, so, die erste Strebe haben wir, danach fliegen wir, wir haben ja unten, sage ich mal so, so drei Einlässe, auf den hinteren Einlass, ich mache den einfach mal jetzt hier auf dieser Seite, weil ich hier auch natürlich das gleiche Spiel, ja, nicht voll einfach, gibt es nicht so viel zu erklären, was man da jetzt so beachten muss, einfach nur die Streben, also ich halt so ein bisschen hochziehen, ich zeige dir jetzt so, ich würde sagen, wir machen den einen hier, und dann zeige ich dir einfach mal, wo das Ganze platziert werden könnte, müsste, dürfte, und dann mache ich hier einfach ein Zeitraffer rein, weil es nützt sich halt nicht viel, und man muss einfach nur drauf beachten, immer zur Seite halt, einmal gehen, immer nach zweimal, und dann kann man sich die hier so hinsetzen, so, okay, so, dann haben wir das geschafft, kommen wir jetzt zur zweite Ebene, ähm, kleiner Tipp, ich mache jetzt die Markierungen, dann mache ich da jetzt ein Zeitraffer rein, vielleicht machst du ja auch Markierungen, wie du gerne möchtest, so, ähm, wir kommen hier auf die zweite Ebene, hier mache ich mir einfach die Markierungen, einmal halt in diese Ecke einfach einen Block, ne, danach weiß ich ja den Fortschritt, ne, machst du dann hier mal so ein Zweier, dann ist man einmal nach hinten weg, wieder so ein Zweier, ne, so, auf der anderen Seite einfach mal hier so, gespiegelt gegenüber, so platzieren, ne, dass man dann hier auch, ja, so ein Zweier, und dann geht man dann in diese Ecke schräg hoch, das war's denn, weil hier ganz vorne machen wir jetzt nichts, weil einmal haben wir nicht genügend Platz, um einen richtigen zu machen, und außerdem ist das eigentlich relativ stabil, das sollte nicht so stören, und dann haben wir auch die Mitte einmal freigelassen, denn man muss nicht in jeden Fenster einen reinmachen, so, aber auf der nächsten Ecke machen wir auch nochmal zwei, hier machen wir einfach mal hier vorne an der Seite einen, so, einfach da irgendwie einen an der Seite, und dann mache ich mir hinten noch einen, wie gesagt, das kannst du auch spiegeln, kannst du anders machen, das ist Hauptsache, Hauptsache, das sind Streben drin, und das ist immer die Hauptsache, so, dann kommen wir zur nächsten Ebene, hier mache ich ganz einfach mal gesagt, hier vorne einfach mal einen hin, zack, und dann kannst du entscheiden, machst du noch einen, machst du nicht einen, weil wir haben das Kästchen nicht so richtig voll, sag mal, hier verbindet sich das Ganze ja schon, ich mache jetzt trotzdem eine hin, auch wenn bei der Spieler-App hier oben keine Strebe mehr ist, ich möchte hier gerne noch eine haben, und sage mir einfach mal, okay, ich könnte jetzt, sag ich mal, von der Seite nicht ganz nach oben machen, weil, wir würden ja, sag ich mal, hier so anstoßen, das finde ich, hier sieht irgendwie doof aus, und daher sollte dann die Strebe jetzt, bei der dritten Ebene von oben, jetzt mal gesehen, auf der Seite der Reutrebe beginnen, damit du das Endstück irgendwo oben hast, davon, und daher fange ich dann einfach mal, hier so an, ja, so das Ganze so ein bisschen verworren ist, einfach mal ein bisschen durchmachen, und ziehen wir einfach mal hoch, ne, Wunderbar und schon ist es, das alles einmal gezogen, ging ja eigentlich relativ fix, sind sich die Streben ja einfach mal langzuziehen, hm, ich glaube, man könnte jetzt aber, wenn es, wenn es jetzt zu fertig ist, sehe ich einfach mal, es sieht irgendwie doof aus, dass diese Strebe genau in die gleiche Richtung geht, wie diese, hm, ich glaube, das ändere ich nochmal, so, sieht doch gleich viel schicker aus, ne, wenn einfach mal das anders, noch irgendwie so verkettelt ist, ich habe auch drauf geachtet, weil ich habe jetzt hier unten, sag ich mal, von der Seite angefangen, da habe ich das hier oben, dann nochmal so gemacht, damit das gleich ist, sondern einfach nur auf der anderen Seite das gemacht, ja, ich finde es einfach schicker, jetzt wie es ist, und, ja, kann man sich ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze jetzt sein soll, es sollte einfach nur das Ganze stabilisieren, okay, wenn wir das Ganze geschafft haben, können wir dieses Blockenteil einmal weg tun, und gehen wieder an unsere Kiste ran, denn jetzt müssen wir natürlich noch das machen, wo es denn einfach ins Nichts endet, die Treppe, denn, müssen wir erstmal wieder unsere Kiste aufmachen, holen uns erstmal hier die erste Reihe raus, zack, da brauchen wir wieder ein bisschen mehr Blockmaterial, ja, anfangen tun wir einfach mal, gehoben uns Steinstufen raus, denn, ja, steinziege Treppe, davon nochmal den Block, wie die Stufe, dennoch einen Steinknopf, dennoch einen grünen Betonblock, dennoch holen wir uns Fackeln raus, und Bruststeinmauer, die kennen wir gerade, also, kann man sich die auch wieder holen, so, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht es los, und zwar erstmal würde ich sagen, mit Steinstufen, und wir fangen an, obwohl, das wäre ein bisschen Quatsch, aber wir fangen an, und zwar mit der freien Hand, und zwar müssen wir jetzt erstmal ein Loch reinschlagen, wir fangen an, einfach mal gesagt, wir brauchen unseren Streben, da schlagen wir ein Loch, da schlagen wir ein Loch, und verbinden sich das einfach mal, so, dann haben wir hier insgesamt vier Blöcke, gehen jeweils ein Loch zu jeder Seite, haben wir sechs Blöcke, so, jetzt machen wir ein Viereck insgesamt, das heißt, wir gehen jetzt an den Seiten noch, eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke nach vorne, auf der anderen Seite auch, eins, zwei, drei, vier, fünf, das haben wir dann hier auf der Seite auch sechs, die noch einmal verbinden, und dann haben wir, sag ich mal, überall auf jeder Seite, sechs Blöcke an sich so Platz, schlagen die Mitte einmal noch aus, dann haben wir hier ein Stückes Viereck, so, ich sehe gerade hier meine Vormarkierung, das muss ich nochmal irgendwann mal wegmachen, ja, so, danach kannst du das Ganze, sag ich mal, die Wände gerade runterziehen, ich habe jetzt hier einfach mal, wenn du es auch nehmen möchtest, grauen Beton genommen, und unten auch im Grund, das ist auch wieder deine Entscheidung, wie tief du das Ganze halt runterziehst, habe ich schwarzen Beton genommen, damit das Ganze halt duster ist, und das könnte halt sein, das Nichts, weil ich weiß nicht genau, wie man im Minecraft nichts darstellt, und ich finde einfach so die Idee, wenn man halt ein Loch baut, wo nichts drin ist, ist das nicht das Nichts, könnte das das, das ist es doch eigentlich, oder? Das ist das Nichts. Besonders mit diesem schwarzen Beton, sieht das halt aus, so dass da halt wirklich nichts ist, ist es natürlich auch nicht, ist halt einfach nur ein Loch. Ja, kann man sich einfach runterziehen, wie tief das ist, darf wieder selbst entscheiden. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt los mit den Steinschufen, wir fangen an den Seiten am besten einmal an, einfach jetzt, ich würde sagen, hier vor die Reutreppe geht es los, einfach an der Seite einplatzieren, lassen wir einen frei, setzen vier hin, Ecke freilassen, können wir das einmal hier auf der Rückseite des Loches zuziehen, die Ecke wieder hier freilassen, hier stufen wir hin, einmal freilassen, und hier wieder so eine Stufe hin. So, ganz vorne ran platzieren wir jetzt Treppen, zack, 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 denn, wo wir überall einmal freigelassen haben, platzieren wir zweimal die, äh, die, siegelblöcke an sich, jetzt wieder sind es ja vier Stück, ganz oben drauf kannst du jetzt einmal einen Knopf platzieren, obwohl auf den hinteren machen wir das einfach mal nicht, nur auf den vorderen, danach können wir einfach mal das alles verbinden, mit den Stufen, ist wie so ein kleines Geländer, die Rückfront lassen wir einfach mal offen, die Seite auch nochmal mit den Stufen einfach mal verbinden, die Rückfront setzen wir einfach mal den grünen Beton hin, am besten zweimal, so, danach nehmen wir einfach mal die Bruchsteinmauer raus, setzen jetzt hinten auf unsere Dinger, und würde ich mal sagen, drei Stück drauf, ja, das sollte eigentlich reichen, wenn wir drei aufmachen, dann nehmen wir nochmal die Fakien zur Hand, die platzieren wir einfach mal auf den grünen Beton, da sind auch irgendwie so Lampen, und ich fand einfach die Fakien in diesen Lampen schon sehr, von daher nehmen wir die einfach mal, danach nehmen wir nochmal die Steinstufen zur Hand, die platzieren wir jetzt oben drauf einmal, ziehen das andere rüber zur anderen Seite, dann machen wir auf der Vorderfront, wie auf der Rückfront nochmal eine weitere Schicht vorne ran, und die Mitte einmal nochmal ein bisschen dicker ziehen, und so an sich, das ist halt einfach mal ein, na, wie sagt man, ein Block ist, genau, dann haben wir das auch schon soweit, und dann sind wir eigentlich damit zu grünen fertig, so, Blockmaterial wegtun, das Nichts ist erschaffen, Vorgerichtung, sag ich mal, halt von der, äh, na, Spiele-App, ich kann es hier nochmal einblenden, das ist auch so vorne einfach mal ein bisschen gemacht, da fehlt natürlich noch die Schrift drauf, ich mach da einfach mal auf, falls du jetzt natürlich auch dich fragen solltest, wie macht man Buchstaben auf Banners, kein Problem, schau in der Videobeschreibung, ist ein Video dazu, damit du genau weißt, wie man Buchstaben auf Banners macht, und dann kannst du das einfach mal beschriften mit Enter, wir haben jetzt leider nicht so genau die Mitte, und daher, schreibe ich einfach mal hier so, ja gut, müssen wir einfach mal so machen, sagt, bleibt halt ein Block irgendwie übrig, ist halt von der, Rolltreppe auch so, gemacht, ich hatte jetzt, sag ich mal, dieses hier noch nicht mit der Rolltreppe zusammengebaut, also von daher, naja, ich frage mich auch eigentlich, warum da Enter draufsteht, könnte da nicht eigentlich so End oder irgendwas draufstehen, aber auf der Rolltreppe steht da, hier unten einfach Enter, also, eingeben, Eingabe, du ja weißt, was das Ganze bedeutet, naja, das ist nicht Zeit, so, die Banners wie immer, schreibe ich mir nochmal ab hier, und dann sind wir mit der Rolltreppe in nichts fertig, tja, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt wieder als nächstes, es wurde wieder was vorgeschlagen, und zwar, ein Häuschen, oder, soll man es überhaupt Häuschen nennen, so eine Villa, ich glaube, das wird es werden, was es genau ist für eine Villa, verrate ich noch nicht, da musst du einfach noch ein bisschen dich gedulden, und, ja, so ansonsten, der Vorbau da drüben wird wieder weggerissen, ne, kannst ja nochmal winken, wird wieder abgebaut, und dann sind wir heute hier wieder fertig, so, ich würde sagen aber, wir testen zum Ende des Videos nochmal die Rolltreppe, ob das wirklich im Nichts endet, das finden wir jetzt gleich raus, ich sag schon mal, das war es hier von meiner Folge, ich stehe heute mal nicht safety, ich spring gleich ins Nichts rein, ich habe mich ja hochgequält hier mit der Rolltreppe, und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einer anderen Folge wieder, haut rein, und, tschüss! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.